hallo mein name ist mark bellinghaus und ich bin 2022 im mai 2022 aus diesem berühmten geschichtsträchtigen ort willertenhompel der dafür da ist und gegen das vergessen der taten die die nazis vollbracht haben zu unterrichten bin ich als jude rausgeschmissen worden und zwar ganz einfach weil ich wissen wollte warum ich aus dem amtsgericht überhaupt nicht rein durfte als mich dr jürgen probe der direktor des amtsgerichts einfach ohne grund nicht reingelassen hat um dieses wichtige theaterstück von peter weiß die ermittlung anzuschauen ich bin danach zu der diskussion hier in die verwunderbare villa tenhompel gekommen und da war die schauspielerin carola von seckendorf und ihre freundin caroline kupferschmidt und die haben mich in volksverhältnischer weise vor der ganzen versammelten mannschaft vor dem ganzen publikum ohne grund rausgeschmissen ich habe jetzt auch eine strafanzeige gegen frau von und gegen frau kupferschmidt gestellt und auch gegen den leiter dieser wunderbaren villa tenhompel herrn stefan querl ich habe ihn letzte woche getroffen und habe ihn das bereits angekündigt weil was hier abgeht ist nicht mehr schön ich werde mich jetzt wehren und ich habe vollstes recht dazu ich werde jetzt als nächstes über zum landgericht fahren und werde da weitermachen dankeschön